Es ist schon spannend, was der Markt da kann. In der letzten Woche war noch der amerikanische Markt der Schwache, da lief nicht so richtig was. Dafür war der DAX recht stabil, im Gegenteil, eigentlich sogar insgesamt ja noch ganz positiv da anzusehen. Aktuell sieht das hier beim DAX noch so ein bisschen zurückhaltend aus. Na gut, wollen wir nicht maulig sein, im Moment ist er zwar ein wenig nach unten unterwegs, aber das wäre ja gar nicht so abwegig. Ich habe hier extra noch so eine alte Zeichnung drin gelassen und da ein paar grüne Linien, ich weiß gar nicht, ob wir die im Video zuletzt gemeinsam besprochen haben. Im Zweifelsfall gucken wir jetzt gemeinsam schnell drauf. Diese grünen Linien, die sind eigentlich nichts anderes als sozusagen ein Größenvergleich mit den Rücksetzern, die wir hier so hatten. Nur, dass man so ungefähr sehen kann, okay, hier sind so kleinere Rücksetzer, größere Rücksetzer. Alles, was in diesem grünen Bereich ist, im buchstäblichen Sinne, das ist das, was vergleichbar ist mit den Rücksetzern hier. Also das wäre noch nicht mal eine große, eine richtige, eine wahrscheinlich angemessene Korrektur dieser Situation, sondern das wäre eigentlich nur noch mal so was ganz Kleines. Bisher sind wir da in diesem grünen Bereich sogar noch auf der oberen Seite. Das heißt, nicht mal das haben wir vollständig hingekriegt bis jetzt. Na gut, es ist noch nicht alle Tage Abend. Es kann ja noch sein, dass wir in diese Box reinlaufen. Das ist, wie gesagt, nur so ein Angebot, dass der Kurs sehr gerne häufig da eben in diese Zone in etwa reinläuft. Das kriegen wir sicherlich auch noch mal schöner gezeichnet. Naja, kriegen wir nicht, aber ihr wisst ungefähr, worauf ich hinaus will. Ungefähr da in diese Kiste. Das wäre eigentlich klasse und das nicht aus negativer Sicht, sondern nein, es wäre eigentlich immer noch, auch wenn er da wackelig, also korrektiv anmutend reinläuft, ABC-mäßig mit Überkursüberschneidung und so weiter. Das wären alles noch Hinweise, die darauf hindeuten würden, dass die Aufwärtsseite die starke ist. Die Abwärtsseite einfach ein Bäuschen in der Aufwärtsbewegung und anschließend geht es weiter. Na gut, jetzt heute kurzzeitig sieht es ja eher positiv aus. Also wir sehen, dass hier im Nahkampfchart sozusagen, dass der Markt hier zumindest nach oben strebt. Und das liegt sicherlich auch an den Amerikanern, denn die gehen nach oben. Auch da gibt es eigentlich gar nicht viel Neues. Das ist jetzt ein Update eigentlich nicht mit Neuigkeiten, sondern eigentlich nur noch mal mit einer Bestätigung dessen, was wir in der letzten Woche ja angedeutet haben. Das heißt Bestätigung, also eine Fortsetzung sozusagen. Nämlich, dass das hier alles noch relativ korrektiv anmutet. Ein möglicher Trigger wäre die Oberseite. Noch schöner ist es natürlich, wenn er auf dem Weg dahin irgendwie sowas bietet. Aber darüber haben wir schon so häufig gesprochen. Ihr wisst, worauf ich da hinaus will. Es sieht aber nach einer Korrektur aus. Das können wir relativ gut so sagen. Und das bestätigt sich immer mehr, auch dadurch, wenn jetzt dieses Zwischentief hier getoppt wurde vom Markt. Das heißt, noch mal wieder eine Überschneidung mehr. Wir hatten das hier schon mal. Also die Abwärtsseite ziemlich deutlich schwach. Und wenn die Abwärtsseite schwach ist, dann wird es wohl nicht die Haupttrendrichtung sein. Dann können wir darauf setzen. Naja, ich sage das mal so. Aber dann können wir darauf hoffen, darauf warten oder uns entsprechend darauf vorbereiten aus Trading-Sicht, dass wenn wir diese Trendsituation verlassen, dass dann eben die Aufwärtsrichtung weitergeht. Abwärts-Trend verlassen. Einige interpretieren das als, wenn wir hier das Zwischenhoch rausnehmen. Das ist so mein Ding. Man könnte diese Marke nehmen. Allerdings ist die ein bisschen, ist noch sogar innerhalb des Trendkanals. Die würde ich jetzt ungerne eigentlich für einen Einstieg nehmen. Manch einer achtet auch auf den Trendkanal und sagt sich, wenn er den verlässt, alles Ideen, alles durchaus vertretbare Ansätze, um zu sagen, okay, die Abwärtsseite ist zu Ende. Beweise sind, ist keins von diesen Brüchen oder keiner dieser Brüche ist ein echter Beweis. Aber es ist ein Hinweis und wir wissen ja als Trader, müssen wir immer mit Hinweisen rechnen und dann gucken, was ist das wahrscheinlichere Bild. Und dann machen wir da entsprechend die Trading-Situation oder versuchen das entsprechend umzusetzen. So, aber das ist ja noch nicht alles. Wir haben ja auch noch den S&P und der ist völlig außer Rand und Band, könnte man sagen. Er ist weiter auf dem Weg nach oben. Wir hatten ja hier vorne schon gesagt, dass das ziemlich nah an Impuls aussieht. Hier wohl irgendwie eine Form der Korrektur. Darüber kann man zwar streiten. Mensch, hätte das nicht jetzt hier eine Korrektur, also Schub runter und eine Korrektur nach oben. Richtig. Aber er hat ja nicht getriggert. Also gab es doch keinen Grund hier für die Short-Seite. Im Gegenteil. Jetzt ist er ja steil auf der Aufwärtsseite. Solange er steil auf der Aufwärtsseite ist. Mal gucken, vielleicht kriegen wir sowas hier wie hier vorne hier auch noch hin. Dann haben wir ja noch eine Chance, dass da ein bisschen was geht. Also noch ist da keine echte Schwäche zu erkennen. Es sieht so aus, als ob wir weiterhin erst nochmal auf der Aufwärtsseite sind. Der S&P gehörte ja zu den Starken. Das ist sicherlich auch getrieben durch viele Tech-Titel. Zum Beispiel die gesamte Nasdaq-Börse, also der Nasdaq-Index, ist weiterhin noch im Ansteigen. Also dieses Szenario, was ich hier angedeutet habe, das ist grundsätzlich nicht vom Tisch, nur offensichtlich nicht an dieser Stelle. Dafür hätte er wackelig hochgemusst und triggern müssen. Richtig. Also das hätte ich ja noch als eine starke Bewegung durchgehen lassen. Insbesondere wenn er jetzt hier irgendwie sowas macht. Das wäre ein Trigger gewesen. Wenn er dann weiter steigt. Na gut, das wäre ein Trigger gewesen. Also keine Chance hier fälschlich abwärts zu gehen. Auf dieser Zeitebene war auch Long nicht so richtig eindeutig. Wenn, dann müsste man hier dann wieder im Kleinen gucken. Da hatten wir schon den einen oder anderen ausgemacht für diejenigen, die im Kurzfristigen da auch aktiv werden wollen. Aber ihr seht, noch ist die Stärke eben nach oben. Das heißt, Schwächen nach unten. A, B, C oder wackelig. Sowas wie hier oder irgendwie was Wackeliges zur Seite. Ist denkbar, also nutzbar für die Aufwärtsseite, um da nochmal eben einen oben drauf zu setzen. So, das heißt, die Voraussetzungen sind aktuell stark für die Aufwärtsseite. Ja, Jahresendrallye. Es kann gar nicht nach unten gehen, wird manch einer sagen. Und tatsächlich sieht es aktuell zumindest so danach aus, als ob die Marktteilnehmer einfach darauf keine Lust haben. Wir müssen uns also nicht so sehr für die Short-Seite vorbereiten. Wir müssen gefasst sein, wenn irgendwas passiert. Ja, aber wir müssen uns im Moment nicht vorbereiten. Denn offensichtlich ist die Aufwärtsrichtung die eindeutig stärkere. Und solange sich das Bild nicht ändert durch eine starke Abwärtsrichtung, müssen wir uns da ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken oder Sorgen machen, sondern können Rücksetzer für weitere Fortsetzungen nutzen. Wer das zumindest mal möchte, kann das im Fokus haben. So, viel mehr gibt es bei den Indizes eigentlich gar nicht zu erzählen. Ich könnte eine Stunde quatschen, aber Neues gibt es daraus wahrscheinlich auch nicht abzuleiten. Insofern euch jetzt erstmal toi 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 für eure Trading-Entscheidungen. Alles Gute und wir hören uns diese Woche mit Sicherheit noch mehrmals. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.